2021, Napoli. Ein sonniger Tag auf der ehemaligen Via Roma, an der breiten Straße durch die Stadt. Wir hatten Frittatini, wir hatten Croquetten, wir hatten Pizza Fritta. Alles serviert auf einem kleinen Tisch auf der Straße, die Sonne schien auf dem Tisch. Und ja, ich erinnere mich auf jeden Fall gern zurück an diesen Tag, zusammen mit Gigi in Napoli. Und jetzt, sechs, sieben Monate später, Bello Gigi ist zurück in der Show. Ciao a tutti. Ja, das war schön. Und ich muss sagen, wenn ich mich an das, was auf dem Tisch war in diesem Video, bekomme ich jetzt was im Mund. Und wir werden gerne diese typische Atmosphäre nach Wien bringen mit Frittatini, mit Croquette. Wir werden heute sowohl Kartoffeln als auch Pasta frittieren. Oh mein Gott. Schmelzig. Schmelzig. Uuuuh, dieser Käse. Boah. Und eine Überraschung gibt es dabei. Wir starten mit einem Kilo mehligen Kartoffeln, die wir schön weich kochen, 30 bis 40 Minuten für die Füllung, für die Kartoffelmasse später unserer Croquetten. Und wir fangen gleichzeitig mit Bechamel. Bechamel sind immer diese vier Zutaten, Milch, Mehl, Butter und Muskatnuss. Wenn du da schneidest, sind es 100 Gramm. Wett mal. 100 hier, ja? Ja. Ja? Du sagst 100 Gramm? 100 Gramm, da, schau. Genau da muss. Kann man wiegen? Was sagst du? Ich sage, das sind 106. What? Aber wie gesagt, stark. 100 Gramm, 100 Gramm Mehl, ragazzi, auch passen, ist ja heiß, okay. Mehl kommt dazu, ja? Ja, genau. 100 Gramm Mehl. Mehl? Genau. 1 Liter Mehl hast du schon abgeholt? Ja. Okay. Wir müssen das Rezept jetzt auch ändern, auf 700 Milliliter Mehl. Genau, es ist ein Unfall passiert. Meine Mutter, das sieht hier. Ich weiß, was ich sage nicht. Wenn deine Mutter das sieht, wenn es Sabrina sieht. Sabrina? Ich war das nichts, ich verspreche dir. Okay, ragazzi, wie ihr gesehen habt, bei mir ist es so gekommen, auf den Kochpunkt. Zeigen. Zu vermeiden, dass diese, wie heißt es, Krummeln? Klumpen. Dann muss man immer langsam, langsam den Mikro reingeben, dass schön cremig wird und keine ... Krumpen. Krumpen, wie der Lukas gesagt hat, okay? Meine Bechamel ist fertig. Krumpen. Und jetzt kommt der Muskatnuss. Oh, ragazzi, ich weiß nicht, ob ihr riecht das, aber alleine, dass wir die mit Löffel essen. Die Bechamel wird später der Zement sein für die Frittatini. Salz, nicht vergessen. Und die Bechamel, jetzt ist fertig. Oh, der Geruch auf jeden Fall von warmer Milch. Jetzt kommen die Erbsen mit ein bisschen Butter, oder? Das normalerweise mag keiner. Dafür, dass wir frische Erbsen sind, findet man nichts. Wir kaufen eine gute Qualität von tiefgefroren TK, wie wir auf Deutsch sagen. Und ein bisschen von der Geschmack von dieser tiefgefroren Frost, was die Erbsen haben. Kurz anrüsten mit Butter in der Pfanne. Ligi hat heute sein Outfit. Mütze und T-Shirt mit den Erbsen. Ich habe extra gekauft, wegen Erbsen. Gelato di Bechamel piselli. Erbsen und Bechamel heißen. Schneiden wir jetzt den Prosciutto, was wir da haben. Nicht so dünn kaufen lassen, einfach eine Spur dicker, weil es muss in die Zähne... Man braucht so einen kleinen Biss, was zu sagen, oder? Alles in eine Schüssel. Es fehlt noch Parmigiano, es fehlt noch Pecorino, es fehlen noch die Nudeln. Und das wird die Schüssel, oder die Masse für unsere frittierten Nudeln. Die Kartoffeln hingegen hinter uns werden für die Kroketten sein. Okay, ragazzi, wir in Lugas schneiden die ganze Prosciutto, Mozzarella und und nichts Mozzarella. Rauchmozzarella, Scamorza. Ich muss schauen, dass die Kartoffeln gekocht sind. Wie macht man das? Darf man einfach die Finger im Eiseswasser nichts geben. Das ist gefährlich. Genauso gefährlich, wie Ratenzahlungen sein können. Wenn du auch schon mal mehr oder weniger unbedacht in eine Ratenzahlung reingerutscht bist, dann solltest du jetzt gut aufpassen. Denn Anything unterstützt nicht nur mich bei diesem Video, sondern auch euch bei diesem Problem. Und bevor ihr jetzt skeptisch werdet, weil Finanzprodukt und so weiter. Anything ist wirklich genial. Erstmal ist wichtig zu wissen, dass ihr nicht allein seid. 47% aller Deutschen nehmen einen Kredit auf, um sich Dinge leisten zu können. In den meisten Fällen wird dieser allerdings viel zu hoch verzinst. Und Anything hat sich zur Aufgabe gemacht, den Finanzmarkt fairer zu gestalten. Lade dir die Anything App herunter und lade dort die Rechnung deines aktuellen Ratenkaufs hoch. Woraufhin Anything prüft, ob sie dir ein besseres Angebot machen können, sprich mit niedrigeren Zinsen. Und wenn ja, und wirklich nur wenn ja, hast du die Möglichkeit, dieses ganz einfach in der App anzunehmen. Daraufhin wird deine offene Rechnung abbezahlt und du wirst Kunde bei Anything. Jetzt zahlst du mit deinem eigenen Ratenplan, den du selbst in der App einrichten kannst, weniger und bist schneller schuldenfrei. Mit dem Link in der Videobeschreibung kommst du direkt zu Anything und mit dem Rabattcode Lukas erhältst du 20€ Abzug auf deinen ersten übertragenen Kredit. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Gabel, einfach wenn du merkst, das ganze Loch drinnen ist die Kartoffel gekocht. Das ist kein Geheimnis, sonst ist ein Fakt. Die eine Hälfte des Gamotsas schneidet ihr in Würfel für die Frittatini und die andere Hälfte in so längliche halbe Streifen für die Kroketten. Weil später wird das in die Kartoffelmasse gelegt, die dann frittiert wird. Da haben wir die Krokette und ihr könnt euch vorstellen, wenn du die dann aufbrichst, dass dann sich ein schöner Käsefaden ziehen wird. Genau dafür ist es da. Wir müssen nur dieses Wasser wegnehmen, dass die Schillen kalt werden. Theoretisch können wir schon schälen, aber lassen wir ein bisschen abkühlen, sonst wird unsere Hand rot wie eine Paprika. Wie viele Frittatini machen wir eigentlich? 60 oder? Nein. Wie viele ist es? Sollte, wie heißt der David? David muss kommen. Ja. Ich koche die Pasta nach Lukas hart. Hast du ein Problem damit, dass wir das in die Pfanne geben oder? Na ich nichts, aber vielleicht die Spaghetti schon. Wir salzen gleich. So, die Kartoffeln wurden geschält von Mario. Die Pasta kocht. Mario, willst du eine Kartoffeln pressen? Genau, einfach so. Kartoffeln rein. Zusammen. Ist das schon fertig? Ja, jetzt aufmachen. Und die nächste. Äh, jetzt noch ein bisschen Butter dazu. Hast du schon mal gegessen, die Butter? Nein. Das ist jetzt deutscher Style. Hat einen Namen, diese Gericht? Kartoffeln, Butter und Milch. Ah, super. Und so machen wir es jetzt? Einfach? Ja, ja. Und sie sagen, das ist urgut. Scheiße. Jungs, ist echt gut. Die Kartoffeln sind gestampft, meine Damen und Herren. Okay, ragazzi. Die Pasta ist gekocht. Normalerweise für Frittatini brauchen wir Bugattini. Bugattini sind eine lange Sorte von Spaghetti, aber drin ist leer. So wie eine riesige Strohhalm, ja? Aber wir finden das nichts und wir haben einfach eine gute Sorte von Spaghetti. Merke einfach, dass sie drücken mit Fingernagel. Und wenn wir sehen, in der Mitte von Spaghetti ist es ganz, ganz, ganz weiß. Das heißt, es ist al dente, al punto. Lass mal ein bisschen kalt werden. Unter Lukas wird jetzt ein bisschen Pecorino und Parmigiano. Schau mal, wie der Pecorino schwitzt. Warum? Ich frage dir, warum? Oder kann jemand von euch mir sagen, warum Pecorino schwitzt und Parmigiano, no? So, der halbe Pecorino in unserer Masse. Parmesan? Genau, braun. Okay, und ein bisschen Parmigiano. Jetzt die heilige Mischung. Die Nudeln mit der ganzen Masse. Okay, bist du drauf reinzugeben und vermischen? Alle mischen, so schön. Einfach jetzt. Genau. Mit den Händen. Genau. Wie ein Cochlein ist. Ja, ich wollte auch dazu. Du kannst die Fußballer machen. Wir brauchen nichts, alle. Ich bin der Dino-Wagen. Sag wir jetzt schnell dazu. Ja, diese Geräusche. Okay. Jetzt kommt ein bisschen Pfeffer ins Spiel. Nichts waschen. Was noch mehr? Salz. Noch einmal schön mischen jetzt. Und dann ist es vorbei. Et voilà. Wir haben die Nudelmasse auf ein Blech gegeben. Und die kommt jetzt ins Kühlhaus. Warum, erfahrt ihr dann später. So ist es kalt. Hey. Weißt du, wie man merkt, ob ein Ei gekocht ist oder nichts? Wenn du jetzt draufklopst mit dem Messer? Nein. Nein. Antwortet niemand. Wenn du so machst, wenn es roh ist, siehst du, reagiert nicht sofort. Wenn es gekocht und machst du so, tritt ganz normal. Oder machst du so. Und während die Masse der Frittatine auskühlt, kümmern wir uns um die Masse der Kroketten. Das heißt, Petersilie als nächstes schneiden. Richtig. Lukas hat Petersilie gekauft, war schon alt. Unsere Pfeffer kommt in Einsatz. Unsere Parmigiano. Viele Personen, wenn die Parmesan reiben, viel Kraft, dann schneller müde. Einfach Parmesan oben und rutschen lassen. Okay? Damit meinst du mich, oder? Ein bisschen Pecorino auch dazu. Immer ohne Kraft. Kraft. Jungs. Ich weiß es nicht. Da kommt die Polizei in Einsatz, weil ein Ei ist gestorben. Und ich weiß es nicht, ob es ein Selbstmord ist oder bin ich ein Mörder. So dreht man ein Ei. Einmal links, einmal rechts und dann kommt diese, so wie Bauchnabel. Schnur. Nabelschnur. Und das geben wir da drinnen. Und jetzt mischen wir alles schön. Ragazzi, ihr könnt nichts rieten, aber diese Mischung aus Pfeffer, Parmigiano, Pecorino. Ihr müsst einfach zu Hause nachmachen, um das zu verstehen. Ich kann euch erklären, was ich will. Es muss das gemacht werden. Wir formen jetzt die Krokette. Bist du auch keinen selber machen? Ja. Wichtig ist, dass wir die Ende... Es tut nicht schlecht. Wir nehmen ein Stück von der Masse. Entsprechende, große ist so, Lukas. Okay. Dann wir nehmen das. Wir drücken einfach in der Mitte und dann noch einmal zumachen. Und das ist unsere Krokette. Okay? Das ist wie Nigiri machen. Genau. Das ist zu viel. Aber man mag nichts, der weiß nichts. So ist gut, oder? Bei! Bist du so großartig? Es ist doch genauso großartig. Einfach so? Ja, genau. Reindrucken. Einmal versichern. Ohne Hand, es passiert nichts. Die Kartoffeln sind schon gestorben. Mit Zeigenfinger und mit Daumen einfach die Formen da. So. Verstehst du? Perfekt. Und weitermachen. Okay, ragazzi. Die Krokette sind auch fertig. Da sieht man, wo Lukas große Hände hat. Große Hände gemacht. Mario hat auch gemacht. Das ist Mario. Sieht man. Schütteln ein bisschen dazwischen. Aber wird schon. Bleibt da. Aufentrick keine Tauben. Was machst du da? Ja. Wir schmelzen Schokolade, Lukas. Für unsere Überraschung die Caprese. Caprese ist eine Torte. Kommt aus Capri. Von seinem Namen. Und das werden wir heute machen. Vorher. Als kleines Dessert. Ja. Des Weiteren. Wir brauchen 200 Gramm gemahlene Mandeln. In einer großen Schüssel. Und dazu kommen 200 Gramm Puderzucker. Oder wie Luigi sagen würde. Oder Sabrina sagen würde. Staub. Staubzucker. Und vermischen. Richtig so. Genau. Sonst wenn du gibst. Kakao oben und mischt mit Butter. Kakao kann fliegen. Das ist sehr. Leicht. Leicht. Genau. So wird es schwer. Und du kannst es leicht mit Butter bearbeiten. Schön weiche Butter natürlich nehmen. Und jetzt alles. Genau. Ja. Ich helfe ihm. Wie meine Ei. Normalerweise muss es eine Masse werden. Ja. Pass auf. Wie lange kommt der jetzt rein? Ingesamt acht Eier. Allora. Allora. Achten auf die Qualität. Nummer Null. Oder? Sowieso ja. Der dreihändige Lukas. Das ist die letzte. Aber mal ernsthaft. Ist es besser mit Hand als mit Maschine? Ja. Weil du machst nur schmutzig. Ich finde das ist so schön. Diese Gefühle. Handkneten. Und es ist auch gut, dass die Leute einmal ohne Hilfe von irgendwas, was gut machen können. Bisschen Ellbogenöl arbeiten. Und jetzt kommen die schönen Momente. Schokolade kommt dazu. Aufpassen. Kalt und warm. Schöne Gefühle. Eis. Okay. Bitte. Mama mia. Ich glaube Kinder hätten auf jeden Fall sehr viel Spaß bei diesem Rezept. Ich sag euch wie es ist. Das ist doch gut. Alles mit den Händen machen. Schön. Das ist schön. Okay. Lukas. Du waschst dir die Hände. So. Ich glaube das ist Unluft. Und 170 Grad sollte so sein, oder? 45 Minuten. Gut. Da kannst du mir übergeben ein bisschen Butter überall. Versuch dir jede Kante schön mit Butter schmieren. Was sonst klebt. So. Lukas. Kannst du mir bitte ein Löffel Mehl da rein geben? Okay. Perfekt. Jetzt machen wir es so. Und jetzt kommt die Füllung rein. Ja. Der Rest ist für mich. Schmerzt. Genau. Jetzt kannst du rein. Ciao, ciao. Jetzt haben wir einiges im Rohr. Wir warten auf die Kuchen. Wir warten auf die Frittatini. Wir warten auf die Kuchen. Alles ist bereit, doch? Super Mario, Luigi. Weißt du das? Grün. Du brauchst eine rote Mütze. Okay, ragazzi. Saale. Das wird zuerst, oder? Und das wird jetzt die Panierstraße für die Frittatine und die Kuchen. Ei. Semmelbrösel. Öl. Olio. Öl. Sowas nehmen. Am besten ist vom Metall, weil die ist... Und jetzt einfach. Versuchst du am Rand. Das ist schön. Fester drücken. Das ist die Frittatine, ragazzi. Wir stecken eine da so. Und machen wir gleich die zweite. Wir steigen ein mit einem Negroni Spaghetti. Auf die Frittatine. Auf uns. Auf euch. Auf uns. Auf euch. Schön mit Ei bedecken. Dadurch, dass sie schön kühl sind, halten sie auch gut zusammen. Und rein. In die Semmelbrösel. Und das 70 Grad brauchen wir. Geht? Aber wir spielen das andere. Ja. Teil. Oh. Guck mal. Und jetzt. Wo wir... Wo wir... Raus. Goldbraun. Was sagt ihr Leute? Goldbraun crispy. Abtupfen. Die Kroketten liegen auch schon bereit. Gelb, grün mit dieser Petersilie und diesem Klecks Mozzarella in der Mitte, der später so schön, wenn wir sie öffnen, einen Faden ziehen wird. Und ich würde sagen, die kommen dann direkt nach den Frittatine in die Fritteuse. Ja. Den zeigen wir euch erst später. Und fertig sind unsere Frittatine. Seid ihr bereit? Ich glaube, der Skamotze hat auch seine Arbeit gemacht. Ja, ich glaube auch. Okay, ragazzi. Schade für euch. Aber gut für uns. Ich glaube, sie sind gut gelogen. Du musst nur den Test jetzt. Vom Geschmack. Die können gar nicht nicht schmecken. Schau mal, wie... Allein wie du das in der Hand hältst. Wie du es spürst. Das kann nur was Gutes. Ich habe Wasser im Mund wie meine Katze. Ich auch. Okay, ragazzi. Ich sage eins, zwei, drei. Klebrig. Weich. Und saftig. Schau wie saftig ist. Bechamelok macht auch seine Arbeit jetzt. Nudelig. Alles. Super gemacht. Brau. Du. Du. Wir. Zurück in Napoli. Ja. Ragazzi. Das ist echt Napoli. Eine kann ich euch sagen. Unbedingt. Dieses Gericht nachmachen. Unbedingt. Das wird Sieger euch fertig machen. Aber ich sage euch. Die sind lecker. Aber ich glaube, mein Favorit. Ich glaube, das wird nochmal toppen, was jetzt dann gleich kommen wird. Oh mein Gott. Oh. Dieser Käse. Boah. Geil. Was habt ihr da gemacht? Oh mein Gott. Das ist so fettig, dieses Ding. Aber gut. Richtig gut. Und so crunchy. Und die Erbsen drinnen finde ich sehr geil. Aber. Isst. Isst. Einfach rein. Fuck. Musst du weinen? Oder was? Nee, die Arbeit hat's grund auf jeden Fall. Wie viele Stunden sind wir jetzt? Ich habe elf. In drei Stunden sind zwölf Stunden. Es sind neun Stunden und zwei Selbstmorde ein. Muss was gut rauskommen. Ich fühle mich echt wie ein Kind vor Weihnachten. Weiter geht's mit den Kroketten, ne? Kroketten. Teil zwei frittierte D. So, davon können wir gleich zwei, drei machen, oder? Diese Mozzarella will nicht sterben. Sie will nicht verlassen. Nein, lass mir nix. Oh mein Gott. Kroketten. Runde zwei. Runde zwei, braun. Petersilie, Kartoffeln, Skamoza. Kroketten. Kroketten, ja? Na boledanisch genannt. Nicht Petersilie, Kartoffeln, Skamoza. Aber das ist die Inhaltsschule. Ach so, die Zutaten. Okay, ragazzi, er hat gut gesagt. Ein bisschen. Okay. Ein, zwei, drei, los. Telefonieren wir uns. Telefonieren wir uns. Okay. Hallo? Hörst du mir? Hallo? Mach's so. Küssen tun wir uns nicht. Ja. Bisschen mehr als Arzt. Heiß. Okay, bitte. Heiß. So, monatlich. Du siehst, wo es ist. Meine Speiseröhre verbrennt, Radio. Das ist gut, aber es könnten noch mehr Käse drin sein. Parmesan. Mehr Käse. Und ein bisschen Salz noch drin. Mhm. Es ist gut, aber es fehlt noch ein bisschen Parmesan, noch mehr Käse und Salz. Das gebe ich zu. Komm her, Mario. Wir teilen uns jetzt. Schau mal. Special Käse. Wahhhh. Warte, bitte. Oh, warte, warte, warte. Der gewinnt den Preis. Schau mal wie er ins Kind. Der gewinnt jetzt, was passiert. Wir kriegen Probleme mit der Stolf. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Die hört mal saftig aus. Wow. Schmeckt. Oh mein Papier. Hm. Wow. Was ist dieses rauchige da drin? Geräuchte. Geräuchte Mozzarella. Das kann man sehen. Chaos. Wahnsinn. Schmeckt wirklich gut. Man kann nicht aufhören zu essen. Du kannst so viel essen wie du willst. Et voilà. Desserttime. Schau, was machst du so? Welche Stücke schneide ich jetzt raus? Nein, du kannst normale schneiden. Das ist nur für die... Okay. Caprese. Torta Caprese. Torta Caprese. Nice. Schön klebrig in der Mitte. Ja, ohne Mehl. Hau rein. Ich soll? Ja, ja. Okay, Leute. Rikamala. Ja. So, die Hau rein. Die Hau rein. Ich glaube, wenn Pablo Escobar einen Kuchen essen würde, dann den. hat er in den. Wow. Luigi Meister. Dankeschön, aber ohne Meister. Jetzt kommt die Ware... Ohne Mehl also. Ohne Mehl. Aber was ist deine Meinung? Sehr gut. Konstanzi und Brody. Napoli hat eine Schöpfung. Mh. 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 An der Stelle, meine Damen und Herren, ziehen wir einen Schlussstrich. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein Festmahl. Danke, Gigi, für das Rezept. Wir haben ein Stückchen Napoli nach Wien geholt, im Winter. Offenteil kann man dieses Gefühl... Wie heißt das? Ich hatte das Gefühl auf jeden Fall. Ihr werdet das Gefühl auch haben, wenn ihr das nachkocht. Alle Mengenangaben und Zeitangaben findet ihr auf jeden Fall in der Infobox. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace. Tschüss. Kannst du noch einen ehereren Zoom auf meinen Blick über slicken? Hahahaha. Was ist denn hier? Kaffee. 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 Der halbe Pammer. Kaffee. Kaffee.